In dem heutigen Video möchte ich mit euch bei NBA Swear meine Aufstellung für die anstehende 26. Gameweek besprechen. Natürlich auch ein Rückblick auf die zurückliegende 25. Gameweek-Wagen, wo ich leider wieder keinen Reward gewonnen habe, was natürlich sehr schade ist. Aber da sollen wir uns nicht aufhalten und wir gucken nach vorne. Und wenn euch das interessiert und ihr noch weitere Hintergründe zu einer Aufstellung und zu weiteren Spielern haben wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal ManiMafia. Starten wir natürlich wie immer mit dem Rückblick. Im Limited Contender haben wir ja gleich 34 Punkte gefehlt. Also wirklich sehr, sehr viel, wenn ich hier wirklich hervorheben kann, ist Jeremy Sochan. Also von Jaden Ivey habe ich so oder sowas ähnliches auch erwartet oder auch erhofft. Ja, aber Jeremy Sochan wirklich hier sehr, sehr stark. Also gefällt mir jetzt auch, dass er jetzt mehr und mehr wieder als Forward eingesetzt wird und dass sie Uemba Nyama jetzt auf Center häufig auch gestellt haben. Auch natürlich aufgrund von Verletzungsthemen auf Center-Positionen, wenn ich mir Zach Collins zum Beispiel anschaue. Aber ich glaube, das ist einfach so ein deutlich runderes Team auch, wenn ich mir angucke, wie Trey Jones jetzt spielt. Und Sochan ja, der den Point gerade nicht so wirklich gut ausgefüllt hat, finde ich, ist das wirklich eine runde Sache. Wie weit hat mir jetzt hier nicht geholfen? Im Limited Champion, ja anscheinend meine Bestbewertung in den letzten sechs Spielwochen, was eigentlich sehr, sehr schade ist, hat es hier auch nicht gereicht. Sechs Punkte, meine ich, haben mir hier gefehlt. Und wenn ich mir angucke, hier natürlich auf MVP-Positionen LeBron James, der weiterhin absolut krasse Saison spielt. Das darf man nicht anders sagen für einen 39-jährigen Mann. Aber, ja, hätte ich mir zum Beispiel Jalen Brunson eingesetzt oder auch Jamal Murray, wäre ich auf jeden Fall in die Rewards reingekommen. Von daher ist es auf jeden Fall ärgerlich. Aber es passiert nun mal, wen ich hier auf jeden Fall hervorheben möchte mit sehr, sehr starken Leistungen, ist Alperen Schengün und Marvin Bagley, ja, der das wirklich sehr stark hier genutzt hat, gleich nach seinem Trade, ist da in der Verletzung von Gafford gleich eingesprungen auf Center. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass er und Gafford sich da absetzen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er eigentlich ein besseres Spieler ist als Gafford. Von daher mal schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Limited Contender müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail eingehen. Ja, hier, Javon Kader zwar ein sehr, sehr starkes Spiel für seine Durchschnittsbewertung bei Sorare, aber das war natürlich klar, dass ich hier weit abgeschlagen bin. Genauso wie ich auch weit abgeschlagen im Rare Contender bin. 66 Punkte ist schon echt enorm, ja, der Einzige, der hier wirklich ein gutes Spiel, oder die Einzigen beiden, Jalen Smith und auch Georges Niang. Ja, die anderen eher nicht so stark. Okay, Dennis Will Jr., aber das hat alles im Großen und Ganzen nicht gereicht. Da muss doch mehr kommen. Und genauso mehr muss auch im Rare Champion kommen. Hier haben mir gleich sogar 72 Punkte gefehlt. Ja, also wenn man hier wirklich herausheben kann, ist Jeremy Grant mit einer absolut krassen Performance in der letzten Game Week. Ja, auch Mikael Bridges hat ihn beformt oben auch schon, auch wirklich sehr, sehr starke Leistung. Aber das reicht hier im Großen und Ganzen dann mit weitem Abstand dann leider doch nicht. Und von daher müssen wir jetzt nach vorne schauen und zeige ich euch jetzt entsprechend auch meine Aufstellung für die anstehende 26. Game Week. Natürlich starten wir hier im Limited Champion. Domates Bonus habe ich hier erstmal gleich auf MVP Position. Jetzt hat er in dieser Game Week wieder ein Spiel. Also ich habe ihn jetzt vor kurzem wieder wieder gekauft. Ich hätte ihn ja zwischendurch mal verkauft, jetzt wieder gekauft, weil ich gemerkt habe, ja, so auf dieser MVP Position, da brauchst du doch echt noch immer wirklich sehr, sehr starke Spieler. Und ich hatte ihn ja dann im Rare Bereich und da hat mir jetzt echt wirklich über mehrere Game Weeks super gefallen. Hat wirklich, ja, verlässlich seine Leistung gebracht und deswegen habe ich ihn hier drinnen. Hier müssen wir natürlich auch irgendwie das zweite Spiel im Auge behalten. Ja, ich glaube natürlich auch im Matchup gegen die Hawks, egal ob er da auf Capella oder auf Okongu trifft, wird er auf jeden Fall, ja, das bessere Ende, denke ich mal, auf seiner Seite haben. Deutlich stärkerer Spieler aus meiner Sicht. Ja, Matchup natürlich gegen die Warriors könnte sehr, sehr interessant sein, die ja nicht wirklich, ich sage mal, das beste Glück auf der Center Position haben. Aber jetzt natürlich auch aufgrund von des tragischen Todesfalls in der Organisation des Assistenzcoaches. Dort hatten sie seitdem noch kein Spiel. Ich denke mal, irgendwann werden sie wieder anfangen zu spielen. Und von daher auch jetzt irgendwann zeitnah starten. Von daher darauf spekuliere ich auch ein bisschen. Ich denke, das Matchup gegen die Warriors sollte ihm noch eher liegen. Deswegen habe ich ihn hier dann auch entsprechend drinnen. Aber auch gegen die Hawks sollte das, denke ich mal, gut klappen. Als nächstes Anthony Edwards, ja, auf jeden Fall wird er hochgelobt in den letzten Wochen, wirklich für seine Leistung. Hat auch wirklich echte Highlight-Wheels dabei. Und das ist natürlich das, was die Amerikaner so feiern, ja. Wenn man sich den Ball vom Backboard zurückwirft quasi und dann das Ding mit einem Dunk reinhämmert. Will ich nicht sagen, dass das nicht geil ist. Und er spielt auch wirklich eine sehr, sehr starke Saison. Man hat auch das Gefühl, dass er immer von Saison zu Saison immer hochgeht. Die letzte Phase finde ich von ihm ein bisschen, ja, sehr starke Leistung und dann eher gute Leistung. Also für jemanden, der dann wirklich so auf dem MVP-Caliber-Level spielt, ja, so wo zum Beispiel gerade Shea Gilchus Alexander spielt zum Beispiel oder Jokic oder Ante Kumpo oder Mbeats. Da muss er noch, ich sag mal, ja, verlässlichere Leistung bringen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er hier in einer Game Week von drei Spielen auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel haben wird. Auch wenn man sagen muss, er spielt irgendwie häufig gegen die sehr, sehr starken Teams gut. Ja, und gegen diese etwas schwächeren Teams, ja, da lässt das irgendwie laufen, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Zumindest bei den Bewertungen, die da am Ende bei rumkommen. Ja, was soll ich sagen, Matchup gegen die Hornets, gegen die Wizards, das sollte ihm alles liegen. Und da sollte er auf jeden Fall der beste Spieler auf dem Platz sein. Gegen die Nets natürlich genauso, aber natürlich rein individuell, aber auch natürlich gegen die Nets. Das ist natürlich als Tabellenführer, sag ich mal, die Timberwolves mit dem besten Rekord momentan. Die sollten das dann doch auch reißen. Als nächstes haben wir hier Michael Porter, zwei Spiele gegen die Pacers, gegen die Knicks. Und vor allem gegen die Pacers gehe ich mal von aus, dass sich da einige Chancen eröffnen werden, auch für ihn. Ja, Pacers, nicht so defensiv starkes Team, ja, machen viel in der Offense und, ja, zerwerfen ihre Gegner häufig, ja, überrennen die. Und daher ergeben sich da auch die einen oder anderen freien Räume. Und ich glaube, Michael Porter Jr. ist so einer, der die dann auch, ja, findet und dann auch seine Dreier nutzt, ja, wenn dann Jokic ihn findet. Als nächstes dann noch Jeremy Sokhan, ja, ich glaube, wie gesagt, jetzt in der Situation, wo er eben als Vorwart auch eingesetzt wird, so wie seine Positionsbezeichnung auch aus seiner Karte draufsteht, macht das wirklich auch besser und, ja, bin ich auch echt optimistisch. Ja, es sind, glaube ich, beides keine einfachen Spiele, aber er ist gut in Form momentan als Vorwart, wo er eingesetzt wird. Von daher gehe ich mal von aus und hoffe, dass er auch in dieser Gameweek performt. Gleiches gilt auch für Trey Jones, ja, also aus meiner Sicht wirklich der Point Guard überhaupt bei den Spurs, den sie gerade überhaupt haben. Eigentlich der einzige richtig und von daher hoffe ich, dass er das auch weiterhin umsetzt und auch weiterhin Spielzeit bekommt, weil man sieht, er hat wirklich extrem starke Leistungen auch gebracht, wenn er auch in seine Spielzeit bekommt und auch das Vertrauen geschenkt bekommt vom Coach. Machen wir direkt weiter im Limited Contender und Marvin Beckler hätte hier vor allem schon das eine oder andere zu gesagt. Ich gehe mal von aus, dass das hier auch weiterhin für ihn zutrifft. Er wird seine Möglichkeiten haben, ja, und er wird auch Freiraum befinden. Matchup gegen die Timberwolves, natürlich gegen die zwei Twin Towers, nicht ganz so einfach wahrscheinlich. Da schiele ich dann doch eher auf das Matchup gegen die Jazz. Bin ich gespannt, wie er das dann auch entsprechend umsetzt, aber ich glaube, wenn er hier auch zu mehr und mehr Spielzeiten bekommt, was bei den Pistons ja zuletzt nicht wirklich der Fall war, dann ist auch, glaube ich, einiges möglich. Als nächstes Kevin Hurd, er hat zwei Spiele und ist momentan wirklich besser und besser in Form gekommen, hat jetzt wirklich immer starke Leistungen gebracht und sich ja auch peu a peu mit dem Durchschnittswert hier nach oben bewegt. Ich weiß noch, vor zwei, drei Gamings war er bei zwölf. Das spiegelt ihn aus meiner Sicht wirklich überhaupt nicht wider und auch mit 22 ist, glaube ich, die Upseite noch deutlich, deutlich höher. Von daher ist er hier in meiner Aufstellung mit dabei. Als nächstes Corey Kispert, ja, er und dann auch Cam Reddish vor allem eben, um dann hinten raus Jalen Bronson hier in diese Aufstellung mit reinzubringen. Und Corey Kispert, ja, aus meiner Sicht ein grundsolider Spieler. Der wird hier, denke ich mal, seine 20 Punkte mit beitragen, vielleicht 25. Das wäre schon gut. Und natürlich hier in dieser Aufstellung, ihr seht es, glaube ich, und ich glaube, ihr könnt euch das erdenken, ist natürlich viel Hoffnung auf Jalen Bronson, auf Kevin Hurd und auf Marvin Beckley gesetzt. Und dann müssen Corey Kispert und auch Cam Reddish so ihre 20, 25 Punkte bringen. Und dann bin ich, glaube ich, ein glücklicher Mann am Ende dieser Gameweek. Und ja, als nächstes hier wieder Cam Reddish. Er hat jetzt wieder eine gute Leistung gebracht. Er ist jetzt immer wieder, ja, hin und her. Ich glaube, am Anfang ist er wirklich stark gestartet in dieser Saison. Jetzt wieder ein bisschen, ja, eher weniger gut. Ich hoffe, dass sich das wieder irgendwie umdreht und sich die ein oder anderen Möglichkeiten auch für ihn eröffnen. Er ist aus meiner Sicht wirklich so, als dieser Shooter in dieser Lakers-Formation. Ja, auch da, ja, die Möglichkeiten ergeben sich für ihn, ist er aber nicht so wirklich konstant leider. Und von daher mal schauen, wie es aussieht, ob mir das jetzt hier nicht irgendwie in die Hacken schießt. Und last but not least, Jalen Brunson, ja, absoluter Baller. Super in Form momentan auch weiterhin. Und deswegen ist er hier bei mir auch in der Aufstellung drin. Und vor allem natürlich auch, wenn ich mir ansehe, hier das erste Spiel gegen die Nets, Derby quasi. Da ist, glaube ich, einiges möglich. Und natürlich auch, wenn sie gegen die Nuggets spielen. Er, wie gesagt, der Go-To-Guys bei den Knicks. Und, ja, da fällt jetzt auch aktuell aufgrund von OG Anunobi viel Defensivarbeit auch für ihn weg, ja. Von daher bin ich dann doch recht optimistisch, dass sich diese, ja, dieser positive Trend bei ihm auch weiter anhält. Als nächstes machen wir natürlich direkt weiter im Rare Champion. Jetzt kann ich auch hier wieder das Bonus einsetzen. Zudem habe ich ja einiges schon vorhin gesagt. Das muss ich, glaube ich, nicht wiederholen. Dann Rudy Gobert. Hier drei Spiele und alles drei Spiele, wo ich der Meinung bin, dass er da jeweils der deutlich stärkste Center ist, jeweils. Und, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie diese Spiele sich dann entwickeln. Und natürlich drei Games ist natürlich sehr, sehr stark. Von daher, da ist auch mal ein Spiel möglich, wo er vielleicht nicht so stark performt wird. Leider in der letzten Game Week, was natürlich auch nicht gerade vorderlich war für mich leider. Dann als nächstes auf jeden Fall Mikael Bridges. Hier gilt ungefähr das Gleiche, was ich vorhin auch zu Jalen Bronson gesagt habe. Wie gesagt, Go-To-Guy bei den Nets auf jeden Fall. Und dann natürlich ein Spiel statt Derby. Da ist er, denke ich mal, motiviert. Und deswegen habe ich ihn da auf jeden Fall in der Aufstellung auch mit dabei. Als nächstes Tim Hardaway Jr., jetzt auch wieder durch ein kleines Tal gegangen. Aber jetzt auch wieder zurück zu seinem Normal. Ein starkes Spiel, ein Okay-Spiel. Und, ja, wenn sich das hier fortsetzt, denke ich mal, ergeben sich da auch einige Möglichkeiten. Wie gesagt, von der Bank häufig und gegen die Second Units ist er, glaube ich, wirklich immer ein sehr, sehr starker Spieler. Und wüsste ich auch nicht, ja, bei den anderen Teams, ob sie wirklich derart starken Spieler haben, der dann auch von der Bank kommt mit der Qualität, die Tim Hardaway Jr. diese Saison teilweise an den Tag legt. Und last but not least noch Torian Prince, ja, hier immer wichtig. Ihr seht das gelbe Ausrufezeichen oder das schwarze Ausrufezeichen auf gelbem Hintergrund. Ja, guckt euch den Injury Report an. Ich verlinke es jedes Mal unten drunter. Er ist als Game-Time-Decision ausgewertet aufgrund von seinem Knie. Ich spekuliere jetzt hier ein bisschen drauf, weil ich tatsächlich nicht so viele andere Möglichkeiten hatte, aufgrund von einigen anderen Ausfällen auch mit meinen Karten, die ich quasi habe. Von daher bin ich gespannt und, ja, schicke dieses Team im Rare Champion, wie gesagt, ins Rennen. Und last but not least natürlich noch meine Rare Contender-Aufstellung. Hier schicke ich erstmal gleich direkt den Lonnie Walker ins Rennen, ja, zu dem Matchup gegen die Nicks. Wie gesagt, es ist schon einiges gesagt. Bei Lonnie Walker muss man natürlich immer auch schauen, genauso wie bei Dennis Smith Jr., wie viel Einsatzzeit bekommt er tatsächlich in der Rotation bei den Nets. Aus meiner Sicht hat er echt viele Möglichkeiten und ist echt ein starker Spieler. Und ich wundere mich wirklich, warum er da bei den Nets unten rausrutscht, die ja jetzt auch nicht, ja, eine Weltmannschaft sind oder so, ja. Und was er dann teilweise auch bei den Lakers letzte Saison gespielt hat, er war ja teilweise der drittbeste Mann. Also deswegen wundert es mich dann doch arg hier. Aber gut, so ist es nun manchmal. Als nächstes Jalen Smith, jetzt wie gesagt in der letzten Gameweek und auch zuvor, wirklich erst starke Leistung. Wirklich ein junger, aufstrebender Spieler, dem ich einiges zutraue. Und ja, ich sehe natürlich hier die Matchups als schwierig an, aber ich glaube schon, dass er hier wirklich sich auch, ja, in Szene setzen wird. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sich das alles nach dem Siakam-Trade bei ihm entwickelt, ob er jetzt weniger Spielzeit bekommt, ob er anderweitig eingesetzt wird. Ja, aber ich lasse ihn hier auf jeden Fall erstmal drin mit seinem Durchschnittsbewertung von 22. Als nächstes Georges Nyang. Ja, jetzt wirklich auch wieder zwei gute Leistungen. Er ist, wie gesagt, so ein Spieler, der eben teilweise, ja, mit so 10, 15 Bewertungen durchgegangen ist. Dann aber auch teilweise wieder seine 30er-Bewettung hatte und deswegen habe ich ihn hier vor allem für meine Contender-Aufstellung auch gekauft und geholt, weil, wie gesagt, natürlich die Ausschläge nach oben wichtig sind. Und deswegen, ja, wie gesagt, gehe ich mal davon aus, auch, dass er hier seinen Trend auch fortsetzt. Ein Spiel vielleicht nicht so gut, spielt ein anderes dann doch deutlich wieder besser. Wenn ich da jetzt spekulieren müsste, würde ich eher darauf setzen, dass das Spiel gegen die Magic für ihn vielleicht ein bisschen besser läuft als gegen die Bugs. Aber das müssen wir dann tatsächlich uns final angucken. Dann hier, wie gesagt, auch Dennis Smith Jr. Ähnliches gilt für ihn wie auch für Lonnie Walker vorhin. Er hat aus meiner Sicht wirklich große, große Möglichkeiten und Fähigkeiten, die er da auch hat einfach. Dann muss man eben sehen, ob er dann in die Rotation reinkommt, ob er ein bisschen Spielzeit bekommt und ob er dann auch gleich zündet. Ja, weil sonst ist er natürlich dann wahrscheinlich schnell wieder auf der Bank. Ja, aber darauf muss ich jetzt hier auf jeden Fall spekulieren in der Aufstellung. Und last but not least noch Jeremy Grant. Ja, wirklich jetzt zuletzt erst eine extrem starke Leistung gehabt. Auch würde ich behaupten, jetzt auch wieder arbeitet er so ein bisschen aus seinem Formtief heraus. Und das wäre natürlich genau das Richtige, wenn er wieder so eine starke Leistung bringt und hier in meinem Red Contender Aufstellung drin ist. Und die natürlich dann hier auch hoffentlich ein bisschen hochreißen könnte dadurch. Also von daher, ich bin gespannt. Und ja, so sieht auf jeden Fall meine Aufstellung aus. Und lasst mir auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in den Kommentaren da. Und ja, ich lade die Videos immer rechtzeitig hoch, bevor die Gaming dann geschlossen ist und keine Aufstellungsänderungen mehr möglich sind. Das heißt, ihr könnt diese ganzen Informationen und auch Hintergründe, die ich euch teilweise mitgebe, nutzen, um das in eure Aufstellung auch mit einzubeziehen. Und wenn euch das gefällt, dann liked auf jeden Fall das Video. Und wenn ihr keines von diesen neuen Videos verpassen wollt, dann gibt auf jeden Fall auch, ja, oder also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert dann auch immer die Glocke. Dann werdet ihr dem benachrichtigt, wenn so ein zeitkritisches Video von mir rauskommt. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt neu seid bei MBA So Rare und damit jetzt irgendwie starten wollt, dann lasse ich euch unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate-Link dazu da, wenn ihr euch unter diesem Link anmeldet, 5 Limit-Karten in der Auktion ersteigert. Erhaltet ihr eine Limit-Karte gratis dazu. Ja, wenn ihr euch einfach nur so einmeldet, würdet ihr keine Karte gratis dazu erhalten, von daher macht das auf jeden Fall. Und wenn nicht, ihr den Link von mir nehmen solltet, dann auf jeden Fall gerne von Freunden, Bekannten, Verwandten, was auch immer. Auf jeden Fall, ihr kriegt eine Karte umsonst. Und dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Video-Empfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch viel Erfolg in der anstehenden Game Week. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.